Hallo YouTube und Elatec. Ja, ich bin zurück von der ProLight & Sound in Frankfurt und ja, wie ihr schon sehen könnt, habe ich so ein bisschen was ergattern können, unter anderem auch dieses tolle American DJ T-Shirt. Vielen Dank an American DJ dafür und natürlich auch ganz herzlichen Dank an DJ Fosse, der da das Elatec hat. Das Elatec User Treffen organisiert hat, wo wir auch sehr viel Spaß hatten und er uns natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite stand und hat sich auch sehr viel Zeit genommen für uns und hat auch viele Fragen beantwortet und wir haben auch viele Stände gesehen und viele neue Produkte und innovative Produkte und ja, wie ihr schon sehen könnt, habe ich schon das erste Video hochgeladen in meinem Kanal, das von der Lobo Lasershow. Ja und jetzt zeige ich euch nochmal so im nächsten Clip so ein paar kleine Eindrücke und ein paar kleine Clips vom User Treffen und natürlich auch ein paar schöne Light Videos. Viel Spaß dabei! Das war's! Der hat sich die selbe Kamera gekauft. Nee, die hatte ich schon vorher. Echt? Ah, du hast auch eine ST. Ja. Das allererste, was wir jetzt natürlich machen, filmen. Richtig? Ja. Ich hoffe nicht, dass du das alles mitschneidest, was ich heute sage. Nein, nicht die. Nein, etwas gegen mich verwendet wird. Nein, keine Angst. Wir werden mal gegenseitig filmen hier. Ja, gegenseitig filmen. Ja. Erstmal, klasse, dass ihr alle gekommen seid. Das ist aber auch so ein cooler Effekt. Deutsche, die in der Schlange stehen, da stellen wir uns an. Noch einmal. Und wisst ihr, was wir machen? Ich zähle 1, 2, 3. Und ihr wisst, was Sankt Pop ganz am Ende. Alles geht? Ja. Prack is in the sky. 1, 2, 3! Prack is in the sky. Fantastisch. 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 Ich finde das geil. Total geil. Für mich brauchen wir einen eigenen Stand. Was? Für mich brauchen wir einen eigenen Stand. Ja, genau. Nächstes Jahr eigener Stand, wovon wir weglegen. Herzlich Willkommen auf jeden Fall an die Stelle. Ja, finde ich ziemlich spektakulär, dass da ein großes Interesse ist. Und es besteht nicht nur sein, dass es gut ist, was hier mal an der einen oder anderen Stelle auch noch angucken zu lassen. Wenn ich immer wieder ein bisschen langsam etwas anders finde. Ja, die häufigsten Fragen. Ich wünsche viel Spaß. Und wenn Fragen sind, ob meine Mitarbeiter mal in die Ehe gestehen, den gern zu verkaufen. Und sonst gibt es irgendwie nur noch viel zu gucken. Johannes, genau. Von der Schote. Ich bin gestern nicht so an vorbei gegangen. Ja, wir haben so ein ganz kleines User-Treffen mal nach dem Einjährigen, dass wir gerade hier bei lrcheck.de so ein ganz klein bisschen zitieren. Okay. Und weil ich die Kids gerade gesehen habe, habe ich die Dimension-Eventure-Info. Wichtig. Da gucken wir doch mal eben ganz kurz vorbei. Und ich sage einfach mal Hallo. Ich wollte eigentlich nur Hallo sagen. Ja! 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 Hier! Hier! Kollege! Du bist jetzt dran! Du bist jetzt kraschend. Das ist eine total geile Idee. So ist das nämlich, wenn man auf dem Vorladen-Sound schon mal jemanden kennt. Du hast mit dem Vorladen-Eventure-Info gemacht. Du hast mit dem Vorladen-Eventure-Info gemacht. Du hast mit dem Vorladen-Eventure-Info gemacht. Das war einfach. Das war einfach. Mein Favorit. Einfach gewichtstechnisch. Und ja, nichts. Das war einfach. Jetzt Kill. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.